Servus, der Homie von Homies Welt. Schaut mal. Da kann man gar nichts sehen. Da. 50. Bäm. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Über Instagram, WhatsApp und, und, und sind Nachrichten gekommen ohne Ende. Sind da ein paar Videos gekommen. Ich hoffe, es kommen noch mehr Videos. Und die schneide ich heute mal alle zusammen. Alle Texte, alle Videos. Wenn die Leute Jahre gesagt haben, benenne ich die Leute. Und ich gucke mal, was das Video gibt. Vielleicht gibt das auch gar nichts. Dann hört ihr aber die Aufnahme auch nicht. Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die an mich gedacht haben. Und 50, ja, jetzt habe ich ja gerade die Hälfte. Bis später. Ja, ich hatte ja geplant, eine große Party zu machen. Aber, tja, 10 Leute. Und wen soll man ausladen, wenn man 60 eingeladen hat? Kann man nicht zu 50 sagen, aber du darfst nicht kommen, weil ich möchte doch mit den 10 feiern. Also, habe ich leider die Party abgesagt. Und ich feiere jetzt für mich alleine. Oh, mein Bier. Da. Party, Party, Party. Nein. Lecker. Juhu. Ich gehe euch heute so richtig auf den Sacken-Video, ne? Falls noch Gäste kommen, kann aber sein, dass er ein oder andere anklickt, dann habe ich hier diese Hot-Tock-Packung von dem schwedischen Möbelhersteller. Sieht man das? Ja, sieht man nicht so gut. Und hier habe ich eine Wurst vom Wurstbaron, 3 Millionen Skurril. Also, wer die isst. Also, ich finde die schon ganz böse. Ja, ich, äh... Ja, kommen wir mal ein Bier, ne? Ja, eingeht noch. So, meine Lieben, es ist geschafft. Ich habe die Hälfte jetzt rum, 50 Jahre. Möchte mich für die ganzen Nachrichten über Instagram, WhatsApp, Signal, SMS, iMessage, wie auch immer bedanken. Ich möchte mich auch bei den Leuten nochmal herzlich bedanken, die mir Videos geschickt haben, die mir, ja, Sprachnachrichten geschickt haben, die für mich gesungen haben. Ich, äh... Das war echt eine Menge. Also, ich glaube, mein Handy war gestern auf Dauerfeuer. Es hat nur geplinkt und ge... Ja, es war einfach die Hölle. Ich, äh, werde daraus jetzt... Ich weiß nicht, was das für ein Video wird. Ich werde daraus jetzt die Schnipzeln irgendwie zusammenschneiden, Bilder einfügen von gestern, von meinem Geburtstag. Einige Leute, ich hatte ja eine große Party geplant. Ähm, ja, ging halt wegen Corona nicht. Zehn Personen. Einige Leute haben aber auch gesagt, ist mir doch egal, ob du mich auslädst. Ich komme sowieso. Deshalb, äh, wir waren gestern aber dann auch zehn Leute. Saßen mütig zusammen. Die Ängsten waren bei mir. Fand ich total schön. Äh, ja, jetzt fange ich mal an, zusammenzuschneiden. Ähm, ich möchte mich aber trotzdem nochmal bei allen bedanken, die meine Videos schauen, die mir folgen, die mir liken, die Kommentare schreiben. Ähm, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr weitermachen. Ich wünsche allen viel, viel Gesundheit. Einen guten Rutsch. Bleibt anständig. Nein, bleibt nicht anständig. Macht einfach das, äh, was ich auch tun würde. Äh, haut rein. Ich werde weitermachen. Wir sehen uns nächstes Jahr. Oder, das Jahr hat schon begonnen, wenn ihr das seht. Ich weiß nicht, ob ich das heute, es ist ja 31. Ich weiß nicht, ob ich das Video heute schaffe. Dann wünsche ich einen guten Rutsch gehabt zu haben. So, und jetzt schneide ich mal irgendwas zusammen, mal gucken, was rauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Euer Hombi von Hombiswelt. Bis bald. Hallo, Hombi von Hombiswelt. Hier ist Dr. Urbex von Dr. Urbexwelt. Und ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, du alter Sack. Und jetzt singe ich dir noch ein Lied. Happy Birthday to you. So, reicht. Alles klar. Hab einen schönen Tag und wir sehen uns. Gute, Hombi. Guck mal, ich habe mir hier extra so einen schicken Filter rausgesucht, damit ich für dich hübsch bin. Wieder mal Lex, just nur, dass ich eben die Technik benutze. Ja, ich wünsche dir jedenfalls auf diesem Weg alles, alles Gute zu deinem 50. Geburtstag. Ich hätte ehrlich gesagt, wie man Lexus, ebenfalls nicht gedacht, dass du schon 50 wirst, obwohl du es mir, glaube ich, schon mal gesagt hast. Aber ich habe es wieder vergessen. Jedenfalls, du siehst wirklich sehr viel jünger aus und deswegen sage ich auf die nächsten 50. Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Tut mir natürlich nicht leid für dich, dass du jetzt nicht schön groß feiern konntest. Nächstes Jahr dann hoffentlich. Gelle? Mein Musikvideo hast du ja hoffentlich schon gesehen. Und ja, alles Gute, viel Gesundheit, Glück und was du dir alles wünschst. Jetzt habe ich auch noch glatt vergessen, dich zu markieren. Das muss ich jetzt mal hier auf dem Weg irgendwie nachholen. Danke für die zahlreichen Glückwünsche bis jetzt. Viel zu wenig Videos. Leute, lasst euch was einfallen. Ich mache einen YouTube-Film davon. Und jetzt dringe ich auf euch. Also auch auf mich. Prost. Ja, Hombi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Leider habe ich hier in meiner neuen Wohnung noch kein Bier. Na, daher muss ich Wodka trinken. Alles Gute für dich. Cheers. Hombi, viele Grüße auch von Malexius. Ich habe mir heute extra die Haare schön gemacht für dich. Du hast ja gesagt, du kennst mich nur mit Mütze. Hier ist die volle Haarpracht. Ja, ich bin echt schon geschockt, dass du 50 bist. Also ich dachte echt, du wärst 30 oder noch ein bisschen jünger sogar. In deinen Videos bist du ja immer unterwegs wie so ein junger Hüpfer. Ja, echt klasse. Mach einfach weiter so. Bleib wie du bist. Lustig, locker drauf. Und das Leben geht weiter. Und ich freue mich, was da noch kommt im nächsten Jahr von dir. Hallo, Hombi. Alles erdenklich Gute zu deinem Jubiläumstag heute. Deinen 50. Geburtstag. Und dafür singen wir dir ein kleines Stämmchen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Hombi. Happy Birthday to you. Mach dir einen schönen Abend und lass dich feiern. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Yep? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Guck mal wie fein, pass genau da rein. Kann sowas doch nicht, Silke. Kann man da auch mit essen? Nee, nee, nee. Also für mich finde ich noch den ganz winzigen Streifen. Der sieht mir schon so gut aus. Kann von mir nach die andere Seite. Da steht halt nicht geschrieben. Nee? Der will ja nicht ganz rausnehmen. Jetzt noch ein Stückchen von Du. Boah, das ist schwer. Tut dir das nicht weh, Silke? Ja. Mir tut da deine Seele weh. Ich würde die einfrieren. Und dann? Ich würde mal wieder ausholen. Hast du drauf? Ja. Ja? Ja. Ja. Das ist denn vor allem wunderbar. Mach die Kamera mal. Der Humbel hat Geburtstag. Tralalala. Der Humbel hat Geburtstag. Tralalala. Hoch soll er leben. Hoch soll er leben. Dreimal hoch. Ja, Humbel. Das erste Drittel ist jetzt rum. Aber jetzt geht es erstmal richtig los. Und gefeiert wird dann später mal. Aber dann ganz groß. So. Und auf diesem Wege möchte ich dir ganz herzlich alles Gute wünschen. Bleib gesund. Und hab einen schönen Tag. So, nach der Vorlage, die du uns gegeben hast. Also mich hält nichts davon ab. Nicht Corona. Und auch nicht, dass ich die Haare nicht gemacht habe. Ich schick dir ein persönliches Video, um dir zu gratulieren. Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Und selbstverständlich sing ich auch für dich. Happy Birthday lieber Dirk. Happy Birthday to you. Alles, Alles Liebe, Gesundheit, viel Glück und auf dass bessere Zeiten kommen. Bis dann! Tschüss. Moin, Dirk. Alles, alles Gute zu Deinem fünfzigsten Geburtstag. Ich kann heute ja leider nicht vorbeikommen wegen der Corona-Lage, aber meine Eltern bringen dir eine Kleinigkeit von mir mit. Ich hoffe sie gefällt dir. Aber jetzt erstmal anstoßen. Auf jeden Geburtstag muss angestoßen werden. Man kennt das ja, deswegen alles Gute Dirk, auf dich. Es läuft. Ja, hier ist nochmal der Dr. Urbex. Ich merke mich nochmal zurück wegen dem Homby. Der hatte heute den 50. Geburtstag und ist ganz traurig, dass er den nicht feiern kann wegen den Corona-Maßnahmen. Und er hat mich dazu animiert Alkohol zu trinken. Ich soll auch mal auf ihn anstoßen, dabei trinke ich ja kein Alkohol. Aber der hat mich so, so, so oft darauf jetzt angesprochen, dass ich jetzt gedacht habe, ich mache es jetzt doch. Und ja, gut. Ich will mal sagen, Homo zum Billigen Fuße. Das ist der Einzige, den noch hatte. Irken Uso. Ich habe keine Ahnung, wo er her ist. Ja, wie gesagt, ich trinke normalerweise kein Alkohol. Ja, Homby, ich sage mal auf dich, ne? Okay, ich mache die Aufnahme dann jetzt mal zu Ende. Tschöö. So, Dr. Urbex hat gepetzt, dass du heute 50 geworden bist. Dann wünsche ich dir mal alles, alles Gute zum Geburtstag. Auch wenn du jetzt gar nicht groß feiern kannst, was wahrscheinlich eine große Party gewesen wäre, oder? Ich wünsche trotzdem einen wunderschönen Tag und auf die nächsten 50. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen nicht ganz so viel Stimme. Ich hätte auch gerne getanzt für dich, aber mein Minirock ist in der Wäsche und die Reizwäsche auch. Also die grüne, also die grünen Strapse, die nach Pipi riechen, auf die du so stehst. Und naja, musst du dich damit begnügen. Viel Spaß. Der war ja jetzt mal abgestorben. Happy Birthday to the Hombie. Alles Liebe zum Geburtstag. Und lass dich nicht ärgern von dem ganzen Scheiß drumherum. Kann nur besser werden, hoffe ich. Wird, wird, wird. Lieber Dirk, ich wünsche dir für dein neues Lebensjahr alles Liebe und Gute, beste Gesundheit, bleibe Corona-frei und ja, mach einfach viele Kilometer, die dir Spaß machen. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen, Geburtstagskind. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles, alles Liebe zu dem runden Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen superschönen Tag, wenn die Party nicht stattfinden kann und ja, das Wetter eher hier zumindest ein bisschen grau in grau ist. Na gut, lass dich feiern, soweit wie es geht und genieß den Tag. Bis dann. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du streitst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Alles Gute, Junge. Auf ein erfolgreiches neues Jahrhundert. Ne, Lebensjahrhundert. Du hast Geburtstag, wir gratulieren. Wir wollen das Glück dir buchstabieren. G-L-Ü-C-K Heißt das Glück. G für Gesundheit, werd nicht krank. L für die Liebe, ein Leben lang. Ü, weil du nie was übel nimmst. C für den Charme, der dich umgibt. K für den Kumpel, der du bist. Du hast Geburtstag, wir gratulieren. Wir wollen das Glück dir buchstabieren. Komm, lass uns feiern, liebes Geburtstagskind. Wir sind dir alle froh gesinnt. Alles Gute, Homie. Juhu. So, ich mach dir jetzt eine Sprachnachricht, weil irgendwie meine Videofunktion nicht funktioniert, so wie ich sie haben will. Der Homie hat Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag. Der Homie hat Geburtstag. Alles Gute wünsche ich dir. Bis später. Ich hab Schnaps. Bis später. Bis später.